Geht! Geht, Alter! Das ist super! Jawohl, so kehrt's gefeiert, Alter! Jawohl! Geht, Alter! Was first? Shut the fuck up! Ah, wie tuten jetzt geilen Nutten! Ja, wir sind jetzt on the way! Richtig geil, Game City! Da, der Banana Joe, oder was ist das überhaupt? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Grüße, Hallöchen! So! Ja, da schauen wir uns immer die ganze Gaude nur mal ab. Wir haben das ja schon zuerst live gestreamt. Aber, ja, leider ist ja der fucking Shit Stream abgebrochen. Jetzt müssen wir natürlich für YouTube auch ein super geiles Video machen. Wir befinden sich da heute richtig geil im Rathaus. Ja, im Rathaus von Wien. Wunderschön ist es. Super! Also, ich würd da gerne einziehen. Also, wirklich eine geile Sache. Unbedingt! Unbedingt, ja! Alter, der Stativ hat, glaube ich, 25 Kilo. Es ist aber ein richtig harte Abschnitt. Ja, leider. Und das ist der geile Viva AlexTV. Palim, Palim! Palim, Palim! Er ist Strömer und YouTuber. Und, ja, das ist ein geiler Dildo. 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 το, ja, das ist ein geiler Dildo. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho. Oh, ho, 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 ho.. Musik Ah, kein Porno! Da, der lacht, der findet das witzig. YouTube! YouTube! Ah! und unsere Objektive hinnehmen. Ja, und dieses Jahr GameCity ist natürlich saugeil, weil wir eben auf der langen Nacht da sind und die ganze Gaude einfach nicht so anstrengend ist, weil einfach nur 16-18-jährige Leute am Start sein dürfen. Und ja, es ist eigentlich ganz chillig. Der Pikachu ist auch am Start. Servus, Pikachu, Alter. Alles geht. Beifelzen So 50 Megabatter. Wow! Du hast drei Lieder drauf gemacht. Heftig. Heftig. Oder ein Spiel. Mein Spiel ist perfekt, glaube ich. Dann kommen wir gleich Karate schnappen. Bis sich nicht dieses Ratz passiert. Oder den oberen Bildschirm. Die Grafik. Schwarz. Nice. Bucke-Kampf. Smog-Mog. Ist das ein Smog-Mog? Smog-Mog. Gegen Nebulak. Ja. Gewinn. Nebel. Nebel. Hardcore. Das war jetzt richtig. Oh, das Feeling. Schlecker. So schaut der Neuchel Kronk aus. Der schaut aus wie der Kronkler. Also das ist der Kronk. Ich bin der Herr Erik Krange. Der Kronkli. Das ist Pandoria. Du bist Pandoria und ich bin Erik Krange. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Kronk. Kronk ist Erik Krange. Ja. Also. Oh, oh. Boah. Halt die Goschen. Hallo. Alter. Jetzt seid ihr sicher auf das ärgste Zeug, oder? Ja. Ich habe nicht so clean. Ja. Clean. Ja. Das war ein Atemwisser. Und das hat sich eben so... Und ihr habt sicher auch Drogen genommen. Nein. Nicht. Das ist eine Wahl. Jetzt habe ich noch. Okay. Viel Spaß noch. Ja. Für dich. Viel Spaß noch. Ja. Bye. So. Halt sie. Na? Ja. Ja, das bin ich. Geht, Alter! Geht, Alter! Das ist super. Jawohl! So gehört's gerade, Alter! Jawohl! Ja! So, was wird da gespielt? Hallöchen. That's you. Wird hier gespielt, ja. Ah, das habe ich gesehen. Das war einmal gratis. Ist noch immer gratis. Nein, jetzt kostet was, gell? Oh, cool! Das sieht aber lustig aus. Um was geht's da? Hallo! Ich schau jetzt ein bisschen wieder drauf. Aber jetzt kann ich dich nicht außen schneiden, doi? Ja, ist okay. Außer ich kann so einen fetten schwarzen Balken über deinen Kofen aufmachen. Nein, ist okay. Okay. Alles gut. Wir werden in den Fragen gestellt, in den Freunden auch gestellt. Okay. Und zum Beispiel gerne wieder von euch ins Gefängnis gehen. Und... Die Kamera gleich vorhin nervös. Okay, kann nicht mehr reden. Ich bin Tim Resul. Ich bin eine Ein-Mann-A-Mail. Ein-Mann-A-Mail. Ja! Die hat auch Game Force. Wie? Auch Game Force? Wer sitzt da? Auch Game Force? Ja! Ja! Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Wo ist Gans? Wo ist Gans? Wo ist Gans? Egal. Er kann zaubern. Was zaubern? Er kann dafür sorgen, dass... Dass mein Götter ausschlussend ist. Haha! Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Darf ich die Filme? Nein, bitte nicht. Ich weiß nicht. So. Okay. Ja, Magic. Ja, Magic. Ja, Mag. Okay. Es fragt mich, ob sie Single ist. Cool. Ich meine, das hätte ich fast filmen müssen und dann hätte ich es auf... Die Bahn ist schon geschnürt, oder? Ja. Vor? Ja. Hier, okay. Hier. Okay, okay, okay. Holy shit! Just 30 Sekunden. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Holy shit! Oh my god! What the fuck, hol das nochmal! Kommen wir noch? So Leute, jetzt geht es glaube ich schon zu Ende bei der Game City, es sind nicht mehr so viele Leute am Start, jetzt schauen wir noch mal rein zu dem Playstation Start. Ja, also da war heute das League of Legends Finale, weiß doch auf der Fall was, aber da haben Menschen gespielt, Menschen haben das Gefühl hier, ohne Scheiß, ich habe schon so einen Hunger Leute, es ist so ein Wahnsinn, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, eigentlich habe ich noch nichts gegessen, richtig heftig, richtig heftig. Oh geil, da ist Schokolade am Start hier, oh Schokolade, geil, nice, nice, so dann schauen wir noch mal in den Playstation, uiuiui, die stehen noch immer an, halten dich los, oida, stehen noch allein, ole ole ole, noch immer so viele Leute, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn, total, 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 aber auch, Untertitelung aufgrund.